Weiter geht's bei Cities Skylines. Heute gibt's Busse und Einwohner und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Für all diejenigen, die unter euch, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, ich glaube, das war gar kein richtiger Satz, wir haben hier hauptsächlich die Realistic Population Modifikation drauf. Das heißt, die Gebäude haben realistische Einwohnerzahlen, beziehungsweise realistischere Einwohnerzahlen, wie zum Beispiel das hier, da wohnen jetzt 119 Haushalte drin und hier sind jeweils immer nur ein Haushalt drin. Also vorher war es wirklich nicht so geil, dann haben hier, glaube ich, so 13 drin gewohnt und hier dann 5 gefühlt. Und demnach war dann die Stadt halt immer besonders groß mit wenig Einwohnern. Das kleine Stückchen hat jetzt, glaube ich, schon alleine wahrscheinlich 7000 Einwohner und das hier drumherum vielleicht, oder 8000. Also das ist echt schon heftig, muss man sagen. Und ja, da gucken wir mal, wie weit wir kommen werden. Also ich kann nicht versprechen, dass die Stadt hier so groß wird wie die andere, weil ich einfach gar nicht weiß, was hier noch auf uns zukommt. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich habe auch, jetzt kommt's, Peter ist ja im Urlaub jetzt. Also ich rede jetzt in der dritten Person von mir. Und deswegen hat Peter ein bisschen vorproduziert, damit die Zuschauer von Peter auch ein paar Videos zu gucken haben, was ja auch ganz nett ist von Peter. So, und das Ding ist jetzt einfach, dass ich jetzt erst auf ein paar Kommentare eingehen kann, die relativ am Anfang des Let's Plays geschrieben wurden. Was jetzt aber nicht sonderlich schlimm ist, weil die Fragen haben sich, glaube ich, bis dahin schon gehäuft oder beziehungsweise sind die trotzdem öfter mal reingekommen. Denn viele haben gefragt, warum aktivierst du nicht noch realistische Zeit? Warum aktivierst du nicht realistisches Parken? Warum deaktivierst du nicht den Deespawn? Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist der Hauptgrund, das ist super schwer, also nochmal ganz kurz, konzentriert über sowas zu reden, plus hier eine Stadtplanung zu machen, alter, stellt euch vor, ihr arbeitet, jetzt pass auf, pass auf, ihr seid auf der Arbeit, seid konzentriert an eurer Arbeit dran und müsst eure Mutter noch erklären, wie der Videorekorder funktioniert. Gibt's gar nicht mehr, ne? Aber sowas jetzt mal ganz kurz. Also folgendes, wenn ich jetzt diese ganzen anderen Sachen noch aktiviere, dann weiß ich im Endeffekt ja nicht wirklich, passiert das jetzt wegen der Realistic Population Mod oder passiert das jetzt gerade wegen den anderen 25 Modifikationen, die ich drin habe? Und vor allen Dingen kann es passieren, dass ich dann eher die Lust, beziehungsweise dass die Stadt eher kollabiert. Gerade mit der Deespawn Mod, also mal angenommen, ich hätte jetzt Deespawn aus, Realistic Parken an und so und das wäre dann eventuell ein bisschen viel und dann kann es sein, dass dieses Projekt früher endet als gewünscht und das fände ich dann halt auch blöd. Und deswegen möchte ich mich jetzt im ersten Schritt, wahrscheinlich ist dann Teil 2 draußen, aber wir wissen ja immer noch nicht, wie gut Teil 2 dann ist, im ersten Schritt auf die eine Modifikation konzentrieren. Ich glaube, das ist verständlich. Und für alle die Leute, die die andere Modifikation jetzt kennen und sagen, nö, das wäre gegangen, mag sein, aber ich kenne diese so noch nicht. Hilfe, meine Maus! Und deswegen nochmal ganz kurz, da hat sich jetzt irgendwie ein Huckel drin, kann das sein? Was ist das denn? Da ist ein, guckt euch das an, habt ihr dieses geschulte Auge gesehen? Das geschulte Auge. Und nochmal ganz kurz dazu, von wegen konzentrieren labern und dann dabei noch auf... Äh, das ist ja voll scheiße, was ist das denn jetzt? Ähm, das... Ich sag mal so, nicht, das verstehen viele nicht, sondern da denken manche nicht dran. Sagen wir das, das klingt netter. Ähm, also da denken manche nicht dran, dass wenn ich manchmal auch ein bisschen verpeilt bin, da relativ viel im Kopf vorgeht, und man einfach gerade relativ viel macht, ne? So bügeln, dann reden, konzentriert, Themen behalten, die Stadt noch sexy machen. Also das ist halt immer schwierig. Und ich hab mir auch schon überlegt, was ich noch machen möchte, bevor 2 rauskommt. Oder vielleicht parallel zu 2. Vielleicht ist 2 auch am Anfang... Wir wissen es nicht. Wir müssen gucken, wie 2 sich verhält, wie sich entwickelt. Auf jeden Fall kann sein, dass wir dazwischen noch ein, zwei Projekte müssen machen. Weil es gibt noch Städte, die ich gerne bauen möchte. Zum Beispiel würde ich gerne mal versuchen, eine reine U-Bahn-Stadt zu bauen, ohne alle anderen Verkehrsmittel. Einfach, um mich dann darauf zu konzentrieren und um zu gucken, ob dann alle Leute mit dieser geilen U-Bahn fahren, um die dann eventuell, äh, lukrativ zu machen. Ihr wisst ja, das ist relativ schwer, ein Nahverkehrsmittel lukrativ zu machen. Vielleicht klappt es dann. So, das nochmal ganz kurz dazu. So, das ist auch ein geiler Satz immer, ne? Das ganz kurz dazu. Oh, warte. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir den mal ganz kurz rüber... Ne, geht ja gar nicht, ne? Da ist ja gar kein Note rein. Okay, warte mal. Wir haben das jetzt hier schon mal ein bisschen gemacht. Aber ich hab ja am Anfang gesagt, wir wollen Busse machen. Ich hab letztes Mal ein Busdepot gemacht, aber gar keine Haltestellen, weil ich dann aufgehört hab, weil die Zeit um war. So, und jetzt machen wir ein paar Buslinien. Ähm, geil wär aber, wenn wir irgendwo noch eine zentrale Umstiegsmöglichkeit hätten. So, ein Busbahnhof vielleicht. Oder eine Kombination aus Busbahnhof und Fernbusse. Wenn's das schon gibt. Fähr- und Busknoten. Hart, aber fair. U-Bus, U-Bahn. Buszug, Straßenbahn. Zug-U-Bahn. Komm gleich. Äh, Hafenfähren. Hafenbus. Hafenbus Motorrail. Äh, Flughafen. Aber irgendwo war das doch. U-Bahn-Überland-Bus. Genau, Überland-Bus. Gib mir einen Überland-Bus. Gib mir einen Überland-Bus. Bus-Überland-Bus hab. Alter, das war schon ausgewählt als Maul. Alter, ist das groß. Okay, aber find ich geil. Find ich geil. Also eigentlich wird's kompliziert, aber ist geil. Wir packen den jetzt hier in. Das wird, äh, unsere neue Innenstadt werden. Bam. So, jetzt haben wir da einen Bus. Überland-Bus hab. Alter, das ist groß. Oh mein Gott. Äh, wir werden drumherum mal andere Straßen machen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ähm, weil die halt hier reinfahren und rausfahren. Da fahren die immer durch die Bus- äh, durch die Büsche. Und das ist irgendwie nicht so cool. Deswegen müssen wir hier mittlere Straßen machen. Eventuell das hier. Oh ja, guck. Ja, die ist aber gar nicht so gut. Vielleicht machen wir hier auch nochmal den hin. Weil die fahren so raus und drehen dann da. Oder wir machen das nochmal ganz anders. Umzug kostet nur 11.000. Das ist günstig. Hm, wir machen. Warte. Ganz kurz kontrollieren. Jetzt ist natürlich geil, dass ich den schon versetzt habe. Weil ich hätte gern noch was anderes vorgebaut. Okay, warte mal. Jetzt mal ganz kurz konzentrieren. Zack. Aber passt schon, ne? Wir machen mal doppelte Geschwindigkeit. Da kriegen wir halt auch immer das Geld dann. Normalerweise müsste man das Geld da jetzt wieder kriegen, ey. Warte. Das ist schon 33.000 gekostet. Alter, so geil. So, warte. An. Aktiviere bitte. Ja, so ist super. So ist alles super. Und jetzt drehen wir das Ding in die Richtung. Jetzt haben wir nämlich hier den Eingang. Das heißt, die können hier drauf und runter fahren. Das sieht vernünftig aus. Die müssen nicht über einen Monster-Bürgersteig fahren. Und können dann, wenn die rausfahren, sich verteilen. Rechts oder links. Dann können die Busse entscheiden, woher fahren wir denn. Und deswegen ist das so, glaube ich, die bessere Alternative. Auch wenn das Ganze jetzt nochmal 44.000 gekostet hat, das Ding zu versetzen. Aber hat sich gelohnt. So. Haben ja noch ein bisschen Geld. Okay, Bushub ist da. Wie viel kostet der? Der kostet 880 die Woche. Das geht eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt holen wir die Linien raus. Warte. Linien. Bus. Hier. Da. Los geht's. Linie Nummer 1. Ach, guck mal. Die können da halten. Und hier. Die können ja. Das ist ja der Geilo. Ach ne, die können die nicht halten. Die können nur da unten halten. Okay. Da ist wahrscheinlich der Überlandbus Hälter. Linie Nummer 1. Fährt. Ne, da hält er bestimmt nicht. Fährt hier raus. Hält einmal im Industriegebiet. Fährt dann wieder zurück. Linie Nummer 2. Ich guck auch immer, dass die so ein bisschen Platz zu den Kreuzungen haben. Weil wenn man als Bein... Jetzt ganz kurzer Tipp. Wenn man die Bushaltestelle jetzt hier macht. Stehen eventuell die Busse quer auf der Straße oder hintereinander, dass die Kreuzung blockiert wird. Deswegen, wenn ihr da sowas habt. Macht die Haltestelle nicht dahin, sondern dahin. Dann habt ihr ein bisschen Luft nach vorne. Und wir könnten theoretisch nachher auch die Hauptstraße als Bushstraße machen. Aber das sind auch Fahrradstraßen alles. Deswegen schauen wir einfach mal. So, da hält er. Da. Hier. Fahren jetzt einmal so im Kreis und fahren dann wieder zurück. Und... Zurück. Nächste Linie. Fährt jetzt komplett hierher. Und jetzt... Oder ich kann auch gleich mal zeigen, wie krass das einfach ist. Wie viele Busse hierher fahren. Oder... Nee, nicht Busse. Autos hierher fahren. Und dann noch... No-D spawn. Wäre die Stadt schon zu, glaube ich. Oder wir müssten uns maximal dann auf Straßenbau konzentrieren. Und dann wird das andere untergehen. Das wäre nicht schön. Wenn er wisst, was ich meine. Da halten wir jetzt nicht. Da können wir halten. Und dann düsen wir zurück. Linie Nummer 3. Düsen alle rum. Und wir können das jetzt nochmal umändern. Für alle die, die sich fragen, wo gibt's denn hier die anderen Fahrzeuge? Da gibt es ein Mini-Deal-Ziel. Guckt mal in die Videobeschreibung. Da hab ich euch mal Instant Gaming verlinkt. Da bekommt ihr das relativ günstig. Einfach mal draufgehen. Und... Also im Gegensatz zu Steam. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich war so erschrocken. Normalerweise kostet City Skyland 27 Euro noch auf Steam. Das, finde ich, ist eine Frechheit. Also ganz ehrlich. Das Spiel ist geil. Gar keine Frage. Aber man könnte doch das Basisspiel auch auf Steam für ein Zehner oder so anbieten. Oder für 15 mit ein paar DLCs. Vielleicht gibt's das auch. Aber 27 Euro für ein 8 Jahre altes Spiel finde ich nicht korrekt. Deswegen Instant Gaming. So ein neues Spiel finde ich okay. oder andere Spiele, wenn man die da holt, finde ich super. Aber keine, die so alt sind, so gefühlt. Auch wenn's geil ist, ist ja gar nicht abzustreiten, aber trotzdem. So, wir nehmen einen Gelenkbus. Super Gelenkbus nehmen wir noch nicht. Oder wir nehmen den Royal Japanese Commuter Bus. Wir nehmen den, der ist auch relativ neu. Der ist, muss man sagen, nicht in dem Fahrzeug-DLC. Sondern der ist in den Japanese-Ding. Warte, kommt gleich. Dieses Trains of Japan. Genau, so hieß es. Genau, ich hatte jetzt nur noch nicht geguckt, wie viel Fahrzeug gefahren. Das könnte unter Umständen zu viel sein. Zehn. Ja, moin. Ja, lass mal erst mal. Da fährt keiner mit. Das Ding ist, das ist ja auch noch in der Stadtentwicklung. Deswegen muss man da ein bisschen warten. Aber guck mal, guck mal. Die steigen da aus, gehen da rüber. Und hier parkt ein Auto. Was soll das denn? Tja, müssen wir mal Parkverbot machen. So, nicht um den Busbahnhof. Tja, gib jetzt einen, gut, ne, weißt du, vorne ist ein Parkplatz. Und die parken an der Straße. Aber ist so typisch wieder, ne? Kennt man. Wie die Leute, die dann auf den, warte, kommt gleich. Auf den Kinderparkplatz, oder auf den Mutter-Kind-Parkplatz parken. Oder Familienparkplatz. Nehmen wir Familienparkplatz. Ist ja auch manchmal ein Vater, der ein Kind hat, ne? Deswegen. Und ich weiß, es gibt keine Rechtsgrundlage, dass die da parken dürfen. Aber es ist halt trotzdem Arschloch-Verhalten, wenn man da parkt mit einem Kind, was entweder schon 25 ist. Habe ich auch schon erlebt. Oder mit Kindern oder mit gar keinen Kindern. Da konnte ich auch einmal nicht die Fresse halten, ne? Ikea-Parkplatz. Parkt einer mit seinen... Ja, parkt einer mit relativ vielen Leuten im Auto. An dem Mutter-Kind-Parkplatz oder an dem Familienparkplatz ganz vorne. Und geht dann rein. Und dann habe ich gesagt, Kinder vergessen. Und dann hat er gemeint, ne, ne, die sind aber schon groß. Weißt du, und da saßen, keine Ahnung, drei Erwachsene im Auto. Wo ich mir denke, so, Alter. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, warte, sollen wir hier auch noch einen Parkplatz hier machen? So klein. Ne, warte mal, komm, was geil ist denn? Passt auf. Da kommt ein Minipark hin. Winziger Park. Gibt's noch was, was genau da reinpasst? Winziger Park. Park mit Birken. Park mit Bieren. Ah, das ist ja mal... Huiuiui. So was? Ne, auch nicht. Der? Nein. Der? Das ist halt ein winziger Spielplatz. Wir machen so einen winzigen Park. Ja, sowas ist okay. Und jetzt würde ich gerne diesen Baum finden. Ich hätte gerne diesen Baum. Nein. Oh, was ist das denn? Oh nein, ich bin auf Maximum. Der ist bunt. Der ist noch bunter. Das war bestimmt ein Obstbaum, oder? Ich kenne mich aus. Ich habe schon mal einen Baum gesehen. Huiuiui. Das müsste der sein. Ja, tanzen alle gleich. Lalala. Wie die sich bewegen, Alter. Aber habt ihr das gesehen? Das war jetzt perfekt adaptiert. Es sieht einfach aus, als wäre es ein kompletter Park. Und ich habe mir letztes Mal... Eigentlich müssten wir mal so Reactions machen, ne? Ich habe mir letztes Mal bei City Skylines, wenn man sich das auf Steam anschaut, gibt es dort immer bestimmte... Weil ich habe die Straße resettet. Cool. Gibt es dort manchmal City Skylines Videos? Von irgendwelchen maximalen, super krassen, kranken Künstlerleuten? Nennen wir sie jetzt so. Weil die wirklich alles haarklein aus allen möglichen Objekten bauen. Wo ich mir denke so... Alter, das ist so, als ob du Level-Designer bist. Und das finde ich so krass. Genau, ich habe letztes Mal, glaube ich, Tokio gesehen in so einer Form. Und irgendwo denke ich mir, da hätte ich auch mal Lust drauf, sowas zu machen. Das müsste man dann aber irgendwie in einer fertigen... Keine Ahnung, ob man das in einer fertigen Stadt macht. Aber ich hatte ja mal auch so ein Schönbauprojekt. Das hieß Decoria. Aber mir ist da so ein bisschen die Lust vergangen, weil meine Ansprüche gefühlt einfach zu hoch waren. So, das war gemein. Okay, die wollen Wohngebiete nicht. Und warte, hier hatten wir letztes Mal Leute, die sich beschwert haben wegen der Lautstärke. Das heißt, da werden wir gleich auch noch was Tolles hinbauen. Wir machen jetzt aber erstmal den hier. Guck mal, da ist eine Haltestelle. Oh! Nee, dann hier nicht. Dann hier. Und da. Und da kommt jetzt ein Gesundheitsgebäude hin, weil ich weiß, da hatten die letztes Mal sich beschwert. Eine Touren- und Fitnesshalle, bitte. Die kommt dann hier hin. Die Range ist relativ groß. Die Leute sind gesund in dem Bereich. Oder hier wäre auch noch gut. Weil hier die Haltestelle ist, könnte man die Touren- und Fitness... Ja, aber dann ist hier oben die große Stadt nicht drin, ne? Machen wir so. Touren- und Fitnesshalle. Sehr gut. Und warum ist da kein Gebäude zwischen? Da ist bestimmt mal was schiefgegangen. Hundertprozentig. Da ist die Bibliothek. Auch sehr schön. Hier machen wir mal ein paar kleine Gebäude hin. Da muss man halt immer ein bisschen auf... Alter, hui! 15.000 Einwohner, weißt du? Du klickst ein paar Gebäude an, direkt wieder 5.000 mehr. Und ihr seht auch gleich, warum man... Oder ihr hattet, glaube ich, gerade zwischendurch mal gesehen, warum man die Autodie-Spawn vielleicht nicht ausmachen sollte. Hier war... Also mancher staunen die sich bis hier. Bis da hinten hin. Das ist unglaublich heftig. Und ich gucke gerade, wo man eventuell hier noch an der Schiene was anschließen kann. Geht gar nicht, ne? Kann man nicht. Ärgerlich. Oh! Wir haben eine große Stadt erreicht. Wir haben Verbrenner, oder? Haben wir jetzt Verbrenner? Nein, wir haben doch keinen Verbrenner. An der Verbrenner hatten wir schon. Ne, da sind die Verbrenner. Wir haben Verbrenner. Nice. Und Bahnhofsknoten U-Bahn-Platz. Na, wir lassen jetzt erstmal Busse. Warte mal, wir hatten gesagt, wir haben jetzt die Verbrenner. Verbrenner activated. Ja, sieht gut aus. Vielleicht da noch einen hin. Ausgezeichnet. Und hier natürlich. Neben der Schule. Hier, boah, passt ja genau dazwischen. Ne, mach mal nicht, ist zu eng. Ähm. Verbrenner neben der Müllfahrer. Das ist schon krass so, ne? Habt ihr noch ein bisschen Brennstoff? Ja, komm hier, nimm. Nicht zu ernst nehmen, ne? Ja, genau. Dich meine ich. Fühl dich angesprochen. So, machen wir da noch einen hin. Dann haben wir es fast, glaube ich, gut. Und jetzt können wir einstellen, dass der Friedhof, den habe ich letztes Mal übrigens offscreen gesetzt, sich entleert. Entleere dich, Friedhof. Guckt euch das an. Rotkehlchen-Residenz. Neben diesem wunderschönen Birken-Residenz. Wo wollt ihr wohnen? Schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.